Prinz Philipp gibt mit 97 freiwillig den Führerschein ab. Der 97 Jahre alte Ehemann der britischen Königin, Prinz Philipp, hat seinen Führerschein angegeben. Das teilte der Buckingham Palace mit. Philipp habe die Entscheidung freiwillig und nach sorgfältiger Überlegung getroffen, ließ der Palast mitteilen. Mit 97 Jahren hat der Ehemann von Queen Elisabeth II. Prinz Philipp nun freiwillig seinen Führerschein abgegeben. Erst Mitte Januar war Philipp in einem Unfall nahe des königlichen Landsitzes Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk verwickelt gewesen. Der Prinz Gemahl hatte sich mit seinem Land Rover überschlagen, kam aber ohne Blessuren davon. Im anderen Fahrzeug brach sich eine Beifahrerin ein Handgelenk. Die Fahrerin erlitt Schnittwunden am Knie. Ein neun Monate altes Baby im Auto blieb unverletzt. Der Vorfall hatte eine Debatte über Senioren am Steuer ausgelöst. Philipp goss Öhl ins Feuer, als er nur kurze Zeit später wieder am Steuer gesichtet wurde, ohne Sicherheitsgurt. Nun, so scheint es, hat er die Konsequenzen gezogen. Kommt an! nach otros! Vers1 Ihnen mein